Mein Name ist Hildegard Ostermeyer, ich kandidiere für die FDP im Wahlkreis Biebrach. Nach 41 Jahren im Schuldienst und davon 15 Jahre als Schulleiterin, möchte ich politisch aktiv wirken. Beruflich war ich für die Ausbildung der Altenpflegekräfte zuständig. Hier möchte ich mich für die Gewinnung der Auszubildenden, die qualitativ hochwertige Ausbildung und für bessere Rahmenbedingungen in der Pflege einsetzen. Für den Bildungsbereich sind Kindertageseinrichtungen und die Grundschule beste Voraussetzungen für einen guten weiteren Lernweg. Für alle Kinder mit Behinderung streben wir Freien Demokraten Außenklassen der sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren an. Das vielseitige Schulsystem in Baden-Württemberg soll mit guter Lehrerausstattung erhalten bleiben. Die Schaffung von Wohnraum muss günstiger werden. Dafür ist eine Änderung der Landesbauordnung notwendig und eine Senkung der Kurve.